Musik 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 Ganz nach unten? Ja, pass aber auf, beim letzten Schacht ist noch kein Lift drin und das da du kommst zwar dann auch nach unten, aber möglicherweise ein bisschen ungewollt One way So Jetzt bauen wir sie dann nach oben Na bitte, da ist er ja schon Unser Strahl Genau Jetzt stehe ich auf 578 Und bei 578 müssten wir eigentlich das nächste einbauen Unter, unter, unter Ups, da stimmt da irgendetwas noch Das war ja zu klein, oder so Ingotten Das war nicht gescheit Ich Idiot Irgendwie bin ich Witten in meinen Lift versunken und das geht nicht vor und zurück Was ist da passiert? Ist der im blauen Bereich? Ja Ja, das ist der der bei mir jetzt erst einen Marken gemacht hat Ich kann das aber nicht sagen, was mit dem Lift ist Bei mir, wie ich dann die Tasten gedrückt habe ist er dann weitergefahren Ich Ja Jetzt auch Scheiße Ja Okay Ich bin durch den blauen Bereich Wie viele Lifte kommen da noch? Na ja, ich bau jetzt am fünften also vier Wobei, den einen bist du jetzt schon gefahren Oder drei müssten jetzt noch Mhm Ach kack So weit das Falscher aufbaut gehabt Da Die schönen Gläser wieder weg Mhm So, ich bin jetzt in der Toxic-Kavern Ja Ja, Lift ist da Mhm Ich glaub jetzt Bist glaub ich beim letzten steigst jetzt ein Beim nächsten Wird's dann auch einen Schacht geben nach unten oder wird kein Lift kommen Genau Und der macht die gleichen Marken wie vorher Okay Nein, bei dem hab ich noch kein Problem gehabt Hm Da muss ich einmal springen Wieder drauf stellen und dann passt das So So Gut Wo finde ich dich Soll ich da jetzt einfach runterspringen? Nein, nein, bleib. Ich komme gleich zu dir. Ja, ich baue da noch einen Lift auf, dann bin ich schon bei dir. Ah, okay. Das ist... Ja, einige hundert Meter oder tausend Meter Lift können wir ja noch bauen, ne? Ja, ich glaube, Lift kannst du nach unten ziehen. Ja, aber wie viele Tiefenmeter, sage ich jetzt mal, gibt es da in der Frozen Factory? Ach so, du meinst überhaupt, damit wir ganz runterkommen? Ja. Fünftausend? Ja, ich glaube, dass sie irgendwann einmal... Ja, also mit dem Jetpack hat sich der Lift, glaube ich, ein bisschen erledigt. Mhm. Überholt, sozusagen. Ja. So, gut, ähm, das... Der Schacht ist jetzt einmal aufgebaut, jetzt müsste es passen. Mhm. Und jetzt bauen wir ihn in den Lift ein. So. Bauen wir da schnell nach oben. Wo ist jetzt noch mal die Platte? Ich tue da... Ah, da ist sie. Ah ja, da unten sehe ich dich wirken. Und eine Platte für die Bad Board. So. Dann Lift. Lift, 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 lift. Ich tue wieder die Bordelle. Da sind sie. Ähm, den da rein. Dann brauchen wir mal da einen... Ups. So. Einen solchen. Dann brauchen wir da... So was. Und da brauchen wir... Den da. Hört sich schon sehr nach Lift an. Gut. Das... Müsste es... Eigentlich gewesen sein. Und dann nach vorne wären wir, glaube ich. Hm. Wie tun wir da jetzt? Ich fahr einmal nach oben. Komm mal zu dir auf. So. Uuua. Hm. Hm? Nein, da ist ein paar Blöcke, die ich vorher nicht abbaut habe. Wenn wir uns die da dazwischen reingewetscht haben. So. Jetzt stehen wir an der Lampe. Und wieder einmal... Da schau her. Der fährt an der Lampe vorbei. Die in der Wand klingt das spannend. Gut. Mit dem kann man jetzt runterfahren. Mhm. Und wenn man ganz unten ist, mit dem Lift, dann... Und man baut da zum Beispiel die Front, dass man die aufreißt. Ah, okay. Dann siehst du, dass da eine Kaverne ist. Ah, okay. Und da gehört jetzt bis zur Decke mit Glas praktisch, die Wand. Ah, alles klar. Oder die Wände. Ich würde einmal mit einer anfangen. Und... Und... Ja. Und... Soll ich die Ecken mit irgendwas anderen, dass das Seilisch wird? Kannst du machen, ja. Ich würde aber nicht allzu viel Baublöcke verwenden, weil es geht sehr weit nach oben. Also fast bis zu der Höhe, wo wir weggefahren sind. Okay. Gut. Ich denke mal, die Folge ist vorüber. Oder ist es schon ein Doppel? Nein, nein. Es ist schon ein Doppel. Bisschen noch und wir haben zwei. Ist schon ein Doppel. Okay. Na dann? Ein Lift haben wir. Ach, jetzt habe ich die Lampe da wieder nicht weggenommen. Damit ich da eigentlich diese Lampe da entfinden. Dann fahren wir da einmal langsam runter. Ja, dann werde ich Schacht machen. Zack und weggisse. So, und der nächste Schacht kommt dann, wenn man runterfährt, nach rechts. Ich hoffe, dass... Äh, yep. Und schon ist er da, der Anduin. So, nach vorne, da brauchen wir auch keinen. Da bleiben drei frei. Und da seitlich bleibt auch drei hochfrei. Mhm. Okay. Ja, da kommt der andere Lift dann. Gut. Ich hätte nur das auch. So. Dann gibt es da irgendwo... Da. Welche Höhe sind wir da? Hier auf der, oder? Und gleich. Was denn? Äh. 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 Äh, wenn es zu tief ist, aber egal. Was denn? Ich? Zumindest haben wir... Nein, ich da. Okay. So, zumindest haben wir ihn jetzt da angepumpten. So, jetzt können wir da... Können wir da rüber. Ups. Ah, ja. Mhm. Sehr cool. Ja, ich sehe schon. Ah, das mache ich anders. Ja. Dann kann ich da wieder zumachen. Äh. 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 Oder da rüber. Oder im Energieschacht oder... Öffnung gemacht. Schade, dass... Da drinnen keine Türen gibt. Mhm. Die automatisch öffnen oder so, gell? Mhm. Das wäre... Wäre wirklich cool. Mhm. Achso, da kommt die gerade... Und wenn es nur optisch ist. Das ist eigentlich die Hölle. Nicht genau. Das war's. Okay, was ist das für ein Schacht? Unsere Energie. Ah, das ist die Energie. Da steckt mir den neuen Laser da hinten. Ja, ja. Sehr fein. Uff, das geht jetzt draus. Aber ich glaube nicht. Nein, welch Glück. Wie ist sie aus? Aber ganz genau. Auf dem Block genau, dass sie das da anbindet. Da lasse ich einfach einmal mit so einem Provisorium. Mal schauen, wie wir das dann ausbauen. Nein. So, dann brauchen wir da einen Laser. Wie haben wir gesagt, wenn wir runterkommen, nach rechts, kommt dann der nächste Schacht. Zuerst in die Richtung. Was denn? Nein, ich bin da falsche Duster gedrückt. Bei mir ist da gerade ein Chatfenster geöffnet. Ja, willst du mir was sagen? Nein, ich schreibe dir lieber. Oh, das sind immer die tollen Restaurantgespräche, die man beobachtet, wenn sich zwei gegenüber sitzen. So. Und sie dann gegenseitig über WhatsApp schreiben. Genau. Na, funktioniert das super. Da wäre jetzt der nächste. Genau. Und da geht dann praktisch der nächste Schacht nach unten. Okay. Jo, das war es jetzt einmal mit den Liften. Jetzt muss ich dann als erstes wieder die Energie ausbauen. Vorher den nächsten Liften. Du hören wir eigentlich hier oben, falls die Sirene angeht. Nein. Oben wird schon alles zerbompt. Genau. Na ja, nachdem nur das Labyrinth rennt, bin ich mir gar nicht sicher, ob sie so viel tut oben. Okay. Aber ich bin ja eben unterwegs nach oben, weil ich mir Nickel und Titanium jetzt als nächstes nach unten verliebe. Zur automatischen Führung. Okay. Also, aber jetzt sollte ich das nur mitnehmen, oder? Wäre nicht schlecht, wenn ich schon hier unten bin. Ja, das hätte was. Einmal Nickel, einmal Titanium. Also, ich glaube, ich glaube, ich müsste das nicht. Also, ich glaube, ich glaube, ich müsste das nicht. Okay. So. In langsamer Fahrt kann man das schön aufbauen. So, dann werden wir die einmal zusammen stapeln. Das, 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 das. Jetzt fahre ich nochmal nach unten. Ja. Okay. Schön langsam. Herrliche Aussicht. Herrliche Aussicht. Mit dem Glas rundherum. Mhm. Ich denke, wo weit da oben war ja auch schon in einer Hülle drinnen, in so einer kalten. Mhm. Aber die habe ich einfach zugemacht. Die muss ich dann auch noch einmal suchen. Damit ich auch das Glas machen. Gut, Nickel hätten wir. Und dann ab zur Titanium-Förderung. Und dann ab zur Titanium-Förderung. Und dann ab zur Titanium-Förderung. Das sollte er eigentlich auch machen. Ja, das ist ein Schacht. Das schaut so kriminell aus, wenn du mit dem Lift im gleichen fährst. Na ja. Ja. Fahrt nicht durch den anderen durch oder so. Mhm. Vor allem du schwebst in der Luft. Da ist nicht wirklich ein Lift da. Ich muss nicht mehr da anbinden. Ja, stimmt. Obwohl, dass er bewegt, sind wir eigentlich nicht. Mhm. Okay. Mhm. So. Dann machen wir da wieder zu, dass da keine Anerkennung auf die Tickung und dass da reinkommen. So. Gut. Jetzt ist der Schacht wieder geschlossen. Irgendwo sehe ich, dass er wieder klingeln tut. Na ja, sie haben ja jetzt die großen Drillmotoren drin. Ah ja. Und ab dem Zeitpunkt klingen sie jeden Block, wenn er leer wird. Ah, okay. Da steht immer wieder dazwischen einmal klingen. Ach so. Mhm. Die werden immer leer gesorgt und dann stehens leer. Mhm. Ich verstehe. Und da räumt es wirklich komplett weg. Ja. Okay. Ja. 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 Zumindest erklären wir es so, weil immer wieder dazwischen mal Clinging auftaucht, wenn ich zu dir jetzt Förderungen komme. Okay. Da ist noch ein Handyshoppool. Gut, Titanium haben wir auch. Das ist ja nicht mehr so hoch. Und wieder ab nach oben schauen wir da noch kurz in den Gängen rein. Da haben wir immer wieder das Problem, dass Energie, die wir unterwegs sind. Das ist ausnahmsweise ruhig. Okay. Wirklich kein einziger. So, aber jetzt geht es noch oben. Wirklich? Wirklich? Ja, mein Verstand. Ich weiß nicht. Wirklich? 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 W-ARRampf? Wir schauen jetzt mal, was er auch spinnt. Noch vorher, da kommt's noch mehr. Es ist nur ein Punkt, oder? Mhm